Ich will jetzt noch was machen hier, was sinnvolles und das bedeutet ich mache jetzt noch Scheiße Mann ey. Was du machst Scheiße? Ja, genau. Ernsthaft? Hier kein Glas. Hier ein Glas? Ja, hier. Boah, wenn man so gummt, dann so springt, meine ich. Okay. Wenn man so gummt, dann kommt man zum richtigen Speed, wo es irgendwie, oh Scheiße, was? Ey, dieser Scheiß Legs. Aber ey, wie konnte das jetzt passieren? Was? Sven. Wie bin ich jetzt nicht einfach runtergefallen? Keine Ahnung. Hast du das nicht gesehen? Ich bin einfach wie durch die Wand geglitscht. Und dann bin ich plötzlich hier unten, hier unter gewesen. Das kann nicht schön sein. Hast du das nicht gesehen? Ich bin wirklich, ey, das, das ist ziemlich geil aus der Tapie so. Oh, ne Scheiße. Oh. Oh. Hm, das ist. Wer? Ich muss aufs Klo. Alter, diese Regen kann man den nicht ausschalten. Ne. Bin ich, bei mir, ich bin sicher dein Zyklus von Leck. Jo. So scheiße. Obwohl Jakob aufnimmt. Mhm. Scheiße. Okay, ich muss es sogar treiben. Oh, es hat komischerweise aufgehört zu regnen. Mhm. Woran kennt das? Ein Wunder. Ach, Jakob und seine magische Kräfte. Ja, genau. Yeah. Danke. Bitte. Jetzt kann ich richtig wieder rum sprinten und so. Ach, man nimmt aber trotzdem ein bisschen Schaden. Nein, Mann. Mit dem... Ja, du brauchst noch einen Schockabsauber, wie schon gesagt. Scheiße, Mann. Mit dem, äh, diesen, äh, mit dem Powertool, wenn du baust... Oh, das... Ey, wer hat hier die Tür offen gelassen? Mich wahrscheinlich. Wenn du Bäume abbaust mit dem Powertool... Alter, die Türen müssen zu, wegen den Creepern. Ja, Mann. Also, äh, Bäume mit dem Powertool... Ja, man sieht die Schuhe, ich bin so schnell. Ich wollte schnell hin und dann zurück, aber... Ey, ey, ich bin so schnell einfach. Mit dem Powertool geht es nicht so gut, äh, Bäume... Also, geht nicht mit Einschlagbäumen. Warte, okay, was haben wir hier? So. Das wieder füllen. Ich glaube, das Powertool ist nichts bis wenn. Hm? Nichts, nichts. Du meinst, äh... Die Arme... Das hast du nicht so gemeint. Ah, ne, ich... ich muss ein bisschen... ...abschrauben. Das ist... ...auf volle Leistung ist einfach zu schnell. Find ich jetzt nicht so gut. Wie kannst du nur? So. Äh, Jakob, wir brauchen... Ey, ey, was macht hier schon wieder ein Creeper? Ey, jetzt ist wirklich fertig. Man macht einfach die scheiß Türen zu. Was brauchen wir? Wir brauchen... Wir brauchen mehr... ... mehr... ... rote... ... Teppiche. Aha. Wie soll ich das deiner Meinung nach schaffen, wenn wir keine Wolle haben? Wolle vor Augen gehen? Hm, und wenn ich keine Lust habe? Dann geht's, Sven. Und wenn ihr keine Lust habt? Dann gehst du. Dann gehst du. Ja, ich muss jetzt mal erst wieder das reparieren, vielleicht. Vielleicht... Und weil, wenn ich schon dran bin, vielleicht? Dann hast du Glück gehabt. Und wenn nicht? Dann hast du Pech gehabt. Und was denkst du jetzt, was ich mache? Du bist dran. Nein. Okay. Jetzt habe ich Pech gehabt, ne? Ja. Scheiße. Warum ich... Warum immer ich... Gay und so? Gay als Mann. Ich meine ja nur... Das hat nichts mit Schwulen zu tun. Nicht? Du bist einfach gegen Schwule, Sven. Was hast du gegen Schwule? Einfach so. Nichts. Nichts gemacht. Sie sind schwul? Ja. Wem? Ja und? Keine Ahnung. Was ist so schlimm daran? Äh, ich weiß auch nicht. Oh Gott, jetzt kommt wieder eine Moralpredigt. Alle mal äh... Ich meine, dass ich auch nichts gegen das bin, oder? Äh... Never! Ich... Ich habe... einen Schlingel. Muss ich mehr sagen. Nein. Eben. Eben. Ich meine, wenn du... Hm. Hatte sich Techit aufgeschmiert. Äh, auf Gang. Jetzt hat sich Techit aufgeschmiert. Ey, wir sind mal auf... Hatte sich selber auf ein... auf ein Brot geschmiert, oder wie? Ja, genau. Da kam einfach so ein Butterbrot. Und Techit hat sich... Wo aber Techit drauf stand. Nein. Nein, da kommt ein Butterbrot. Da dachte sich Techit... Hm. Da muss ich drauf. Hm. Aber immer, wenn ich runterfalle, auf die Butterseite. Hm. Äh, nein. Auf die Techit-Seite, genau. Äh... das Haus mal ein bisschen zumachen. Oder ausleuchten. Ja, um das Haus... Ja, wobei nicht mal das ganz wirklich gut schützt. Ja, um... Also, es ist schon ein bisschen nervig. Drück mal F7, dann siehst du, wo die, äh... wo sie heraufspawn können. F7. Ja, die können sogar nur... Äh, die können sogar nur... Äh, die können sogar nur... Äh, die können sogar nur in unserem Haus spawnen. Ja. Also, ich würde mich mal ein bisschen drum kümmern... Hier... Äh, Sven. Hm? Ja, hier bin ich nicht ganz sicher, was vorhin war, aber... Ja, egal. Sieht's ja dann. Also gut, ich mach jetzt mal ein bisschen Fackeln und leuchte aus. Oh, fuck, hier unten können sie spawnen. Das ist ja krass. Ja... Ich bin um Schafe fahren. Und das ist... sehr langweilig, irgendwie. Hm, jetzt? Ah, Steam soll ja bald eine eigene Konsole rausbringen. Stimmt. Also bald. Äh... Die neue Steam... Wie heißt sie? Steam Machine. Steam Machine. Und sie wird jetzt bald eine eigene Software. Es sei, äh, SteamOS oder so. So... So, äh... iPhone... haben. Oder so. Oder so. Aber die Steam Machine kannst du, äh, selber matten. Stimmt, Mann. Ja, das finde ich echt geil. So wie ein Computer kannst du selber einbauen. Das ist so noch Beta-Tester. Obwohl ich ja will, wenn diese Folge hier rauskommt, suchen sie sich Beta-Tester nicht mehr. Wo bleibt die Wolle? Hm. Ich bin immer noch im Fall. Das ist ein Mega. Ja. Okay. Weißt du, ey, ey... Was hast du gesagt, Sven? Nichts, nichts. Nur Gottschnitte? Äh... Du weißt, dass das Video gesperrt werden kann. Äh... Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Julu. Nobody cares. Ja. Ich hab' nicht gesagt. Mhhh... 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 Ja. Einfach nicht. Gesundheit? Ja, genau. Weißt du, was ich mich frage? Nein. Wer heute den Match gewonnen hat. Gesundheit? Ja. Danke. Okay. Ich frage mich trotzdem, wer den Match gewonnen hat. Mhhh... Du auch? Gesundheit? Ah, ja, auch Sven. Was? Was? Okay. Was soll das? Gesundheit? Gesundheit? Keine Ahnung. Ne. Sie hat den Match gewonnen, Mann. Ah, keine Ahnung. Du gehst jetzt nicht nachschauen. Was ist hier passiert? Ah, sehr gut. Drei zu eins. Vier? Lassen. Nein. Nee, du hast gesagt, es ist gut. Also, weiß nichts. Ja. Ah, äh... Also, du hast noch mehr Wolle, ne? Äh, ja. Wo bist du? Ja. So. Wirklich? Die Schwarze kann ich nicht mehr aufnehmen. Wieso so viel grauer? Es hat die graue Schafe. Achso. Ja. 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 einfach mal die ein. Das gibt's doch nicht. Ups. Indigo die. Indigo die. Ja. Kann sonst auch Indigo flower. Und wir noch null Stück. Aber wir haben ja noch zwei. Du kannst sagen, du wirst zwei. Du wirst es, glaube ich, am Schluss wirst es acht Tage. Egal. Ich brauche noch einiges mehr. Äh, kann noch jemand vielleicht Indigo flowers besorgen? Ja. Mhm. 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 Ich hab' ich vorgleich auch gesehen. Mhm. 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 Ach, äh... Ach, ne, Indigo flower. Okay. Mhm. Mhm. Und, äh, wenn Dachboden fertig ist, dann... Ist ja Schluss für heute. Ja. Denk ich auch. Ja. Und wir alles noch mit fucken desert haben. Dass hier in Zukunft nicht mehr hier Sachen... Ja, ich. Also... Ich mach das hier. Dass hier nichts mehr so spawnt. Okay. Und ich habe 16 davon aber. Sollte reichen, oder? Ja. Sollte es ja reichen. Mhm. Gut. Du, 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 du... Du, du... Mhm... Mhm. Ganz geil. Was? Nichts. Okay. Ich geh mit dem Dachboden weitermachen. also Dachboden ist das zweite Geschoss oder zweiter Stock nennen wir es so nennen wir es zweiter Stock nennen hier hinten will ich denke ich mal etwas anderes gut Jakob das bist du am machen ich will jetzt noch was du machen was sinnvoll ist und das bedeutet ich mache jetzt noch was du machst scheiße ja ich nein ich mache jetzt noch scheiße Solar Pedals mit scheiße ja genau ich mache jetzt noch noch Solar Pedals mein Gott für die dann ein Wurz Solar Verschluss weißt du musst du er alle durch die Welt nein Scheiße ich weiß was ich mir eigentlich auch machen ich bin mir auch ein Solar Panel machen für meine Rüstung das ist dann mit dem Solaran wohl ich bin gar nicht so oft damit kann ich einander mal machen kann ich ein anderes Mal machen das ist wirklich so finde ich auch glaubst du es mir nicht? auch doch eben eben ja hallo wie geht's? gut ich bin jetzt so schnell warte wo hat man eine bessere Aussicht? hier oder hier? musst du entscheiden wo der Balkon hinkommt ja das auch warte ich komme auch mal von wo geht die Sonne auf? ich habe doch keinen Plan warte ich wo bist du überhaupt? war unten warte ich sorry ja das war sehr klug das Haus steht genau falsch wieso? weil die Sonne weil die Sonne genau nicht dort aufgeht wo in deinem Fenster sozusagen ach so ja Jakob scheiß drauf scheiß einfach drauf was ich jetzt angeht okay ich scheiße drauf komm zu mir dann scheiß ich drauf nein danke das vielleicht doch nicht wieso nicht? weil das hässlich ist ich würde es schön finden nein das ist zweiflich ja das denke ich okay wir haben wir haben im moment gerade so die logischsten Themen Gespräche und immer handelt es um scheiße scheiße das Element des Lebens scheiße wir kennen es alle aus unserem Alter scheiße Alter ich habe alles mit Deutschland jetzt versehrt scheiße alles voll alles voll mit Fackeln ach okay oh Gott hat jemand wieder nein ich frage nicht hat jemand wieder Lust Robber vor allem zu gehen yeah ich mit ernsthaft? nein scheiße okay doch willst du gehen Sven oder nicht? au warum hat sie ein Zombie drin? weil er scheiße ist scheiße ein Zombie bei uns im äh ah ich weiß woher ich nein das weißt du nicht ich weiß dass du es nicht weißt ich weiß dass du es nicht weißt wieso keine Ahnung fände ich nicht cool alter wie einfach die Rüstung kurz einfach verschwendet ja ich weiß 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 Sven soll sich so am denken what the fuck naja ich höre euch gar nicht mal zu das geht auch ja es ist auch besser so ne ja denke ich jetzt auch mal sag mal was ist unser Dachboden äh Yoga Raum oder wie warum sieht so bunt aus buntheit du hast ihn so gemacht ja ich weiß du bist schuld du bist schuld ja ich weiß nein was genau genau noch ein Stücklein fehlt das schütte ich mir jetzt ran wir haben hier noch nein wolle egal nein Sven machst du nicht oh man komm schon hol es jetzt einfach komm schnell hoch schauen was für eine Farbe überhaupt blau wir haben hier noch blau ich weiß wo ja mein Gott eins das was fehlt denn hier ich sehe gar nichts nichts ja richtig ist gut ich sehe gar nichts was fehlt weißt du wenn du Magnet-Modern hittest wer ist auch zu dir geflogen kommt auch geil könnte einfach so ein Teil geflogen nicht so okay man nannte es das fliegende Teil genau komm schon mach schneller okay amazon so ja noch ja